Ja, servus liebe Light! Ich arbeite bereits auf Hochtouren an dem vielleicht Livestream des Jahres. Ich weiß es noch nicht, aber heute Abend wird es intensiv. Wie ihr da unten schon sehen könnt... Tor Dortmund, okay. Es sind da noch zwei kleine Fans da. Wofür sind die denn, fragt ihr euch. Heute gibt es eine absolute Weltpremiere. In allen Livestreams, die ich jemals gemacht habe, gab es sowas noch nie. Wir werden heute zu viert, eventuell sogar zu fünft. Mal gucken. Aber definitiv zu viert werden wir heute Abend nochmal den Release von FIFA 15 feiern. Und zwar mit dem ultimativen FIFA 15 Shot saufen. Und dafür sind auch die zwei Fenster da unten. Denn es wird live eine Webcam-Übertragung der anderen geben, die auch noch mitspielen. Das heißt, wir werden heute einen vollgepackten Bildschirm haben. Wir werden Party ohne Ende haben. Ladies and Gentlemen, das dürft ihr nicht verpassen. Es wird irgendwann zwischen 8 und 9 losgehen. So wirklich richtig losgehen wird es ab 9. Aber ich würde trotzdem sagen, ab 8 sollte man schon mal vorbeischauen, ob es nicht doch eher losgeht. Denn wir wissen es noch nicht genau. Zwischen 8 und 9 auf jeden Fall. Verpasst das nicht. Das wird der absolute Hammer. Purer Abriss. Ich würde sagen, es eskaliert eh. In diesem Sinne bis heute Abend. Schaltet ein. Das ist los. Bei A between. Down w Av唐 Bellch. Herausforderung.